Musik Jo Leute und herzlich willkommen zum Silvesterkanal und damit auch zu einem weiteren Video des Lidl-Vorschießens. Ich stelle euch heute die Wildstorm-Batterie vor. Die kostet 8,99 Euro, hat einen Kaliber von gerade mal 13 Millimetern, aber dafür direkt 64 Schuss, die Brenndauer beträgt 35 Sekunden und die NEM ungefähr 210 Gramm. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Test. Wildstorm. 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 Vielen Dank.